Gamekeys, Gamecarts, Gold und Credits, MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ein herzliches Willkommen hier bei Citycar Driving und heute wieder mal ein Mod, nämlich die Corvette ZR1. Nein, Quatsch, die Corvette ZR1, doch, natürlich, so heißt das gute Stück nämlich. So sehen schön die Bremslichter aus, das Frontlicht, Tagfahrlicht, Überhauptlicht und hier haben wir auch noch Fernlicht mit eingebaut. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, auch vom Detail her sieht das Ganze ziemlich gut aus, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Sieht klasse aus. So, hören wir uns das Auto doch erstmal von draußen an. Es hört sich nicht schlecht an, muss man zugeben. Naja. Hört sich komisch an. Ähm, ich möchte dabei nochmal sagen, dass Citycar Driving nicht die Original-Sounds der Fahrzeuge immer benutzt. Das ist alles fiktiv. Wollen wir mal durchbeschleunigen. Ich glaube, Leistung hat das Ding ohne Ende. Da muss man sogar beim Bremsen noch gegenlenken. Holla. Gucken wir mal, ob das klappt. Schade. Ich dachte, ich könnte so einen coolen Seitwärts-Drift hinlenken. Hier stimmt übrigens wieder der Tacho nicht. Bis da stimmt er. Ja, hat er schon. Doch, ist noch identisch. Ja, also jetzt fahren wir 125 und Tachos bei 140. Wahnsinn. Vor allen Dingen schiebt das Ding. Lol. Lol. Ha 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 ha! Klar, warum nicht? Nee, 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 aber mir gefällt der Mod jetzt schon. Also, er hat Leistung ohne Ende. Holla! Auto! Ich habe ihm Vorsprung verschafft. Ich wollte nur nett sein. Halt! Straßensperre. Okay, abgewürgt. Halt! 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 Irgendwas stimmt mit dem Mod nicht. Seht ihr das? Ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Ich gebe nochmal Gas. Wir machen das mal kurz auf der Autobahn, würde ich sagen. Also. Wir müssen mal gucken, ab... Ich weiß gar nicht, ab wie viel kmh das jetzt genau passiert. Geht die Geschwindigkeit nicht mehr nach oben. Achtet mal drauf. Ja. Kommt nichts mehr. Leute, was ist mit der los? Die zuckt so komisch. Ich fahr gerade aus. Es tut mir leid, Leute. Aber der Mod ist scheiße. Die zuckt wie sonst was. Habt ihr das gesehen? Das ist aber jetzt doof. Die fängt vor allem mal an zu zucken. So richtig rechts, links, ne? Ab 200. Ich kann es euch gerne nochmal zeigen. Moment. Jetzt fahren wir gerade aus. Ich bewege mich keinen Zentimeter. Jetzt kommen immer Autos dazwischen. Achtet auf die Geschwindigkeit. Ich gebe Vollgas. Ja. Eigentlich super schade da rum. Naja, was soll's. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Testvideo. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Und tschüss, Sikowski. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.